Günstig über den Atlantik mit einer Billigfluggesellschaft. Das möchte ich gerne mal für euch mal testweise buchen, zumindest bis zum Ende des Buchungsprozesses einfach mal durchspielen. Wie günstig kommt man denn wirklich über den Atlantik? Und ich habe mir rausgesucht North. Das ist zurzeit eine der wenigen Fluggesellschaften, eine der wenigen Billigfluggesellschaften, die Atlantikflüge anbietet. Und das Ganze möchte ich jetzt gerne mit euch mal durchspielen. Und wir nehmen einfach die Strecke Berlin nach Miami. Und da muss man das Erste schon achten, es ist nicht Miami direkt, es ist Fort Lauderdale. Und das habe ich mal auf der Karte vorbereitet. Und zwar ist Miami hier der Flughafen. Ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Hier ist der internationale Airport von Miami. Das heißt, von hier nach Miami Beach braucht man etwa eine halbe Stunde. Und dann ist man hier an Miami Beach, was für viele Touristen so ein bisschen spannender ist. Ich würde euch eher die Golfküste empfehlen, hier drüben, diesen Bereich. Aber viele Leute wollen gerne nach Miami Beach. Das ist hier und das kann man gut machen. Und jetzt gehen wir aber mal zum Fort Lauderdale Airport. Und zwar ist der hier. Der liegt gar nicht so schlecht, finde ich ganz ehrlich. Der ist auch international, liegt auch da. Hier braucht man vielleicht, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde hier runter. Das ist aber jetzt ohne Gewehr, das habe ich jetzt gar nicht getestet. Aber man kann halt hier auch nach meinem Gebiet fahren. Aber gerade wenn man Richtung nördlich von Miami irgendwo hin muss oder halt hier rüber nach Napel oder Fort Myers, dann ist man dann sogar ein bisschen besser aufgehoben am Fort Lauderdale International Airport, wo halt Norse hinfliegt. So, das haben wir jetzt mal gemacht. Wir nehmen irgendwie mal einen Flug. Ich würde sagen Ende Februar. Das führt dort eigentlich fast mit einer der Hauptsaisonzeiten. Wir nehmen mal jetzt den 23. Wir wollen eine Wache bleiben und wir sagen mal, wir fliegen am 3. März zurück. Und das wäre hier von Freitag zu Freitag. Ob das so gratis günstig ist, werden wir jetzt mal sehen. 199 Euro pro Strecke wird in der Werbung angeboten. Und dann sehen wir schon, wir kriegen am 22. Oder 23. Da gibt es keinen Flieger. Am 22. Wirklich für 199 Euro einen Flug. Man könnte sogar die Premium nehmen. Das ist für über den Atlantik für 378. Das wird wahrscheinlich nicht vergleichbar sein. Das gucken wir uns gleich an. Aber das ist eigentlich auch über den Atlantik echt ein guter Preis. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Für 378, aber wir probieren es mal für 199. Und sagen, okay, los geht's. Spannend sind die Flugzeiten, fällt mir hier gerade auf. 16.25 ab Berlin. Das heißt, man kann den ganzen Tag sogar noch im Büro in Berlin arbeiten. Oder selbst aus Leipzig. Und man kann dann sogar noch losfliegen und ist am Abend in Fort Myers. Das finde ich eine schöne Flugzeit. Das heißt, man kann den Tag komplett noch nutzen. Und dann gibt es hier drei Tarife. Und jetzt wird es spannend. Ein Economy Light Tarif. Einmal Gepäck unter dem Sitz. Und gegen Gebühr änderbar. Immerhin gegen Gebühr änderbar. Das ist schon mal gut. Und die Größe sind 45 Zentimeter, 36 Zentimeter und 22 Zentimeter. Also, ein Gepäck unter dem Sitz. Damit müsst ihr hinkommen. Dann kommt er für 199 Euro über den Atlantik. Aber jetzt kommt das Aber. Ihr kriegt hier nichts zu essen, nichts zu trinken. Wahrscheinlich zu trinken vielleicht schon. Aber das sehe ich zumindest hier nicht. Und schauen wir mal weiter bei der Economy Classic. Für 296, also 100 Euro mehr. Dann gibt es einmal Gepäck unter dem Sitz. Einmal Handgepäck dazu. Okay, das erscheint mir schon ein bisschen besser. Und ein standard aufgegebenes Gepäckstück. Also, ich kann noch eins weggeben. Und einen Mahlzeiten-Service. Erster Service. Und für alle Leute, die Atlantikflüge kennen. Normalerweise ist es bei den meisten Fluggesellschaften so. Ich kriege nach dem Start erst mal was zu essen. Und ich kriege dann vor der Landung wenigstens noch einen kleinen Snack. Hier steht ausdrücklich da. Da gibt es nur den Mahlzeiten-Service. Und ich kann das auch gegen die Bühne ändern. Das gibt es Ganze für 269 Euro. Also, da ist es schon ein Tick teurer. Und jetzt bei Economy Plus. Was ist da der Unterschied? Gepäck, aufgepegtes Gepäck-Mahlzeiten-Service. Nur noch der Priorities-Birding, dass ich zuerst reingehen kann. Wenn wir einmal dabei sind, können wir uns die Premium-Angebote mal angucken, was sie anbieten. Also, in der Premium-Light auch ein Gepäck unter dem Sitz, einmal Handgepäck und immerhin zwei Mahlzeiten-Services. Das heißt also, es gibt dann... Und es gibt übrigens, sehe ich gerade hier, jede Mahlzeit umfasst ein Hausbier oder Wein. Das müssen wir gleich nochmal gucken, ob es bei der Economy Class auch so ist. Und das heißt also, einmal am Anfang, einmal am Ende. Dann Premium-Boarding gleich, Priority-Check-In und Gegengebühr-Enderbar. Jetzt gehen wir nochmal zurück, ob es denn auch hier beim Mahlzeiten-Service ist... Ah, hier seht ihr, in der Economy gibt es nur ein alkoholfreies Getränk. Gibt es kein Bier oder keinen Wein. Okay. So, das heißt, hier hat man aber zwei. Und was ist der Unterschied zum Premium-Klassik? Hier kann ich wieder was aufgeben. Und zwei Mahlzeiten-Service, Premium-Boarding, bla bla bla. Und was habe ich hier? Ah, bei dem Premium Plus, der auch wieder teurer ist, kann ich einen Sitzplatz auswählen. Kann auch noch Gepäck aufgeben. Kann zwei Gepäckstücke aufgeben. Hab zwei Mahlzeiten. Ja, das ist ein bisschen, sag ich mal... Muss man mal gucken, ob sich das lohnt. Wir nehmen jetzt mal für unser Beispiel echt das Günstigste. Und wir schauen mal nach, ob uns da was angeboten wird. Der Rückflug ist ein wenig teurer. Der kostet 264. Wenn ich aber jetzt schön übersichtlich... Wenn ich jetzt sage, ich möchte daran nochmal 50 Euro sparen, kann ich auch den Sonntag, den 5. März zurückfliegen. Übernachtungen sind in den USA teurer als 50 Euro. Das müsst ihr überlegen, ob das günstig ist für euch oder nicht. Aber wir wollen mal richtig sparen. Wir nehmen mal jetzt den Rückflug am 5. März. Und das heißt, wir sind... Wir nehmen auch Ökonomie. Und wir nehmen auch Ökonomie-Leit. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf weiter. Wir sind bisher bei 413 Euro hin und zurück von Berlin nach Miami. Was noch schön ist, was ich hier gerade erst sehe, das hätte ich euch vorhin schon zeigen können. Die Flugzeiten sind die coolsten, die ich kenne. Eine der besten. Und zwar geht es erst um 23 Uhr los. Man ist am nächsten Morgen um 14.40 Uhr in Berlin. Und warum ist das gut? Und weil das entspricht euren Schlafrhythmus. Und nach meinen Erfahrungen, die ich über den Atlantik habe, ist umso später der Rückflug, umso weniger Jetlag. Weil ihr geht 23 Minuten ins Bett, kriegt noch was zu essen, schlaft dann und wacht erst relativ spät aus. Dann war es vielleicht eine kurze Nacht. Aber ihr habt eine gute Chance, dann mit diesem Flug wenig Jetlag zu haben. Und es gibt manchmal Maschinen, die fliegen um 15 Uhr schon los. Das ist zum Beispiel, finde ich, nicht so schön, weil 15 Uhr, ihr fliegt ungefähr 8 Stunden zurück. 15 plus 8 macht 23 Uhr oder 0 Uhr. Wo ihr dann wieder ankommen. Das heißt, ihr landet früh um 6 in Frankfurt. Seid total müde. Wollt ins Bett gehen, aber es ist früh um 6 für euren Körper. Hier landet ihr für euren Körper. 14 minus 6 Stunden heißt, oder 15 minus 6 Stunden heißt um 9. Hier habt ihr also quasi noch den alten Rhythmus weg. Und nach meiner Erfahrung kommt man dann besser in den neuen Rhythmus rein. Gut, das dazu. Jetzt gucken wir mal dazu, was wir jetzt dazu buchen wollen und was wir könnten. Wir könnten ein Handgepäck dazu buchen, wir könnten ein leichtes aufgegebenes Gepäck dazu buchen oder wir könnten noch ein Standard-Gepäck dazu buchen für 68. Das heißt, wir könnten jetzt hier für 59 Euro uns ein leichtes Gepäck dazu buchen und sagen das hier auch. Schon sind wir bei 529 Euro. Machen wir mal weiter. Wollen wir das machen, Tim? Wir machen mal Gepäck. Ein bisschen 15 Kilo zu haben, ist schon nicht schlecht. So, dann kann ich mir jetzt hier natürlich Sitzplätze auswählen, aber ich bin gespannt, was es kostet. Hier vorne habe ich einen vorderen Bereich. Ich sitze immer gerne, das empfehle ich euch immer gerne hinten, weil man da manchmal auch Glück haben könnte, dass man eine freie Fläche hat. Ich nehme mal hier 34, die letzte Reihe, vielleicht nicht so die vorletzte Reihe, 39. Und ihr seht, wenn ich diesen Blitzplatz ausbuche, dann langen sie ganz schön zu. 39C kostet 34 Euro, wenn wir das machen. Wenn wir jetzt Notausgangsplatz haben wollen, also für Leute wie die, die sich lange ausstrecken wollen, dann ist der Notausgangsplatz mit 117 Euro gleich zu haben. Also jetzt fangen wir an. Jetzt werden wir langsam teuer. Was wollen wir machen? Wollen wir einen Notausgang nehmen? Wir tun mal so, wir nehmen jetzt mal die vorletzte Reihe. Das wäre so meine Priorität. Kostet 39 Euro, aber den gleichen Spaß haben wir auf dem Rückflug. Ihr seht aber, der Flug ist nicht so tierisch viel gebucht. Also ihr könntet auch riskieren, es nicht zu machen. Das ist jetzt die Frage, muss ich es machen oder muss ich es nicht machen? Wir lassen es mal. Also der Flug scheint schon mehr gebucht zu sein, aber wir lassen es jetzt hier mal weg. Wir nehmen keine Sitzplätze. So. Nö. Dein Sitzplatz wird nicht gespeichert. Du hast ausgewählt, dass du die Sitzplätze ausführen. Wir bespringen sie. Wir wollen keine Sitzplätze. Jetzt verschwindet es auch wieder raus. Jetzt ist natürlich die Frage, halte ich einen 10-Stunden-Flug aus, ohne was zu essen? Ja, nein. Also nach dem Start-Service Nummer 1 wird hier gesagt, wollen wir das machen? Was gibt es denn? In der Economy-Klasse erhältst du zu jeder Mahlzeit ein hohefreies Getränk. In der Premium-Klasse kannst du stattdessen einen Hausbier oder einen Wein bestellen. Ich würde sagen, wir nehmen etwas zu essen und wir nehmen ein Hausricht, aber 30 Euro. Zack. Wollen wir vor der Landung noch was haben? Ich bin der Meinung, wenn man 10 Stunden fliegt, ist es ein bisschen Unterhaltung. Wir nehmen eine leichte Mahlzeit noch in der Landung. Schon sind wir um 50 Euro teurer, nämlich 48, 43. So, Rückflug. Da finde ich, lasse man das Frühstück weg, weil das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr dann über Nacht fliegt, esst ihr abends noch was. Aber den Frühstück braucht man nicht. Wir nehmen nur die Hauptmahlzeit. Und dann ist es okay, was will man mit dem Frühstück dann, wenn man sowieso lieber noch 10 Minuten länger schlafen kann. Dann würdest du auch so machen. Nö, das ist richtig. Das ist, nach dem Start wird die Service 1 moderiert. So, wir diskutieren gleich mal drüber. Und vor der Landung wird Service 2. Und wenn wir dann also um 23 Uhr essen wir noch eine späte Mahlzeit. Aber vor der Landung wollen wir nichts mehr haben, weil wir wollen bis zur letzten Minute schlafen. Empfehle ich euch, lasst es weg. So, wieso habe ich denn keine ausgewählt? Ach, dass ich keine... Ah, seht ihr, du hast keine Mahlzeit für deinen Flug ausgewählt. Stimmt zwar gar nicht. Bist du sicher, dass du keine zweite Mahlzeit möchtest? Ja, sind wir sicher. So, was können wir denn noch haben? Wir können die Warteschlange umgehen. Für 20 Euro können wir den Priority-Check-in-Schalter nehmen. So, die Gepäckaufgabe ist kostenlos, wenn du online eincheckst. Für den Check-in am Flughafen fällt ein Gebühr von 10 Euro an. Brauchen wir nicht. So, dann ist es schön. Ah, na, das können wir aber machen. Profitiere von einem besseren Erlebnis an Bord. Genieße während eines Fluges eine leckere Tabasplatte nur bei Vorbestellung verfügbar. Aber ich finde, das hatte ich neulich mal bei Lufthansa über in der Atlantik. Das war auch 8 oder 9 Euro gekostet, eine Tabasplatte. Das ist mal eine kleine Unterhaltung mal zwischendurch. Wenn man so 10 Stunden nach Miami fliegt, ist man einfach irgendwann gelangweilt und hat vielleicht noch ein bisschen was Hunger. Tim, machen wir. Tim nickt. Also, machen wir. Und kompensieren. Okay, 7 Euro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den CO2-Ausstoß dieses Fluges für 7 Euro kompensieren kann. Aber wir tun es einfach mal. Weil das erscheint mir. Naja gut, ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Vielleicht kann, wenn es jemand sieht von einer Fluggesellschaft, kann uns das erzählen, was man für 7 Euro an CO2-Ausstoß dann kompensieren kann. Nächster Flug. Ach ja, jetzt sind wir ja. Wir waren ja nur bei der Hälfte. Jetzt müssen wir ja in Miami nochmal das Ganze machen. Okay, wollen wir in Miami? In Fort Lauderdale? Ne, wollen wir nicht. Gepäckaufgaben ist kostenlos. Machen wir auch so. Und wollen wir zuerst an Bord? Ne, wir haben ja unsere Plätze zwar nicht reserviert. Ah, wir haben ja unsere Plätze nicht reserviert. Wäre vielleicht sinnvoll. Nehmen wir nochmal ein, dass wir in Miami zuerst an Bord gehen. Und hier machen wir auch die 7 Euro nochmal fürs gute Gewissen, auch wenn ich nicht glaube, dass das hilft. So. Und damit sind wir durch. Also, das heißt, wir haben jetzt auf den Hinflug, haben wir was zu essen. Auf den Rückflug haben wir, ihr seht es hier, auf den Rückflug haben wir nur eine Mahlzeit. Dann haben wir, ich habe schon wieder vergessen, was wir gekauft haben. Also, auf jeden Fall schon mal die Kompensation. Und wir liegen bei 642 Euro. So schnell werden aus 300 Euro mal schnell 642 Euro. Und jetzt können wir das Ganze eingeben. Mal sehen, was wir noch hier machen können. Genau, das ist natürlich kostenlos, wenn ich eine Behinderung habe, wenn ich Mobilität haben möchte, ein Rollstuhl haben möchte. Das ist natürlich so mit dabei. Und die Optionen können wir jetzt auch schon eingeben. Die Reise, die Passagierennummern, die Reisepassnummern und so weiter und so fort. Das kann man jetzt Ganze machen. Das geht an dieser Stelle jetzt nicht weiter. Aber wir müssen nur noch die Zahlung machen. Und die Zahlung wird mit Kreditkarte ganz, ganz klassisch sein. Und gut ist es. Wenn ihr noch wissen wollt, wie ihr ein ESTA-Formular beantragen könnt, dazu habe ich ein Video gemacht, weil ESTA ist wichtig, bevor ihr in die USA fliegt. Das heißt, das Ganze könnt ihr euch in dem folgenden Video angucken. Und wenn ihr meint, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht, alle Angaben sind hier ohne Gewehr, dann schreibt es unten in die Kommentare. Das war mal ein Beispiel, wie man einen günstigen Flug über den Atlantik buchen kann. Und jetzt ist die spannende Frage, kann man es vergleichen mit einer richtigen Fluggesellschaft? Das müsst ihr mal ausprobieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Bis dann.